Ich darf bei mir begrüßen unseren Cheftrainer Christian Ilzer. Chris, was war da alles drin heute in diesem Spiel hier bei der Austria? Ja, schmerzvolle Niederlage. Das ist natürlich eine extrem harte Phase für uns, wenn ich jetzt in die Kabine gehe, die Jungs auch sehen, wie die Köpfe hängen, wie sie niedergeschlagen sind, wie sie trotzdem versuchen, alles aus einem Spiel rauszuholen. Und dann aber auch merke, dass dann im Detail einfach irgendwo Limit ist. Wir uns dann sehr offene Spiele, so wie es heute war, sehr ausgeglichene Spiele. Ich denke, wir im Ballbesitzspiel sollen in den ersten zwei Dritteln schon das bessere Team, ohne jetzt auch wirklich aus diesen Situationen dann auch für Torgefahr sorgen, weil uns einfach vorne dann auch die Durchschlagskraft gefehlt hat. Da geht es mit der 0-0 in der Pause, starten wir dann eine zweite Halbzeit quasi mit 0-1. Das ist dann sinnbildlich. Also wir haben vorne die Durchschlagskraft, hinten dann auch immer wieder Fehler dabei, die uns dann einfach ein Ergebnis zunichte machen. Wir haben dann in unserer gefährlichsten Phase, wo wir zwei Top-Chancen haben, kriegen wir diese rote Karte, die natürlich dann das Spiel zu einem extrem schwierigen Spiel gemacht hat. Und dann haben wir versucht, den Jungs auch den Glauben zu vermitteln, da auch in Unterzahl noch etwas mitzunehmen. Und ja, kriegen ein zweites Tor, Anschlusstreffer, haben wir nicht mehr zurückgekommen können. Austria, muss man sagen, sie machen es gut, extrem stabil in der Defensive, fahren immer wieder für Gefahr. Junge Huskovic, eine Top-Entwicklung genommen. Gratulation an Austria Wien zu dem Sieg. Bitte einmal Ihre Fragen. Bitte gern. Was war deine Meinung zu einer roten Karte? Ich habe es jetzt auf Video noch nicht gesehen. Ich habe es da von 30 Meter Entfernung gesehen. Es hat jetzt für mich nicht so wuchtig gewirkt. Also richtig diese Dynamik dabei war. Man hat gesagt, dass die Sohle dann noch aufgestellt war und dass man sie durchaus geben kann. Weitere Fragen? Bitte, Marc. Es sind acht Spiele, acht Pflichtspiele, siegeln. Gibt es gerne näher über diese Phase, in der sich deine Mannschaft kraftet? Ja, hört sich brutal an. Es sind natürlich auch mit Societat, Bess-Venthof und so Gegner dabei. Da kommen wir nicht hin. Da kannst du vielleicht phasenweise, dass wir hinschnuppern können. Wir schauen einfach, wo waren wir vor eineinhalb Jahren. Und in dieser Gruppe dabei zu sein, ist schon eine richtig gute Geschichte für uns. Wir waren aber nicht fähig, dass wir da wirklich dann auch ein Sieger draus ziehen hätten können. Und in der Meisterschaft haben wir einfach dann auch nicht die Qualität gebraucht, dass wir einfach auch mit nicht vollster Frische die Spiele gewinnen hätten können. Und von dem her ist jetzt einfach ergebnistechnisch extrem zäh geworden. Wir haben einen super Vorsprung gehabt, super in die Saison gestartet. Dieser Vorsprung ist jetzt von Runde zu Runde geschmolzen. Aber mir geht es einfach darum, dass ich trotz aller Widrigkeiten, trotz aller Dinge, die wir fahren, dass ich mein Team sehe, dass es zusammensteht. Dass es einfach versucht, wirklich in jedem Spiel äußerst sich rauszuholen. Dass jeder Einzelne versucht, sein Potenzial abzurufen. Dass wir halt dann nicht immer die richtigen Entscheidungen treffen. Dass uns vorne die Spritzigkeit, Wendigkeit fehlt, um dann auch richtig den Final, den Block auseinanderzuspülen. Und da hinten auch immer wieder Fehler dabei sind. Das können wir uns im Moment nicht wegrennen. Das können wir ansprechen. Aber mir geht es jetzt einfach viel, viel mehr, das Thema aufzurichten. Und sehr klar durch diese schwierige Phase zu führen. Weil ich bin dann überzeugt, dass wir am Ende der Saison wieder ein ganz anderes Gesicht sehen. Und dort stehen, wo wieder alle Sturmfans stolz auf uns sind. Weitere Fragen? Bitte gern. Ja, das nächste Spiel ist jetzt schon ein Mikro. Gibt es überhaupt Zeit, dass ihr alle Fehler von einem Hoffen in der Freude aufarbeiten könnt? Ja, da geht es viel mehr um, um die Spieler einfach im Kopf wieder bereit zu machen. Auch für ein Spiel wieder gegen eine massierte Abwehr. Dann hat die nötige Frische, dass da der Kopf nicht zumacht, zu eine harte Drucksituation entwickelt. Und das ist einfach für mich entscheidend, dass die Spieler auch lernen, umso stärker der Druck wird. Dass einfach das abrufen, was sie normal im Training immer liefern können. Das auch in Drucksituationen, wo sie nicht vollste Kräfte haben, wo im Kopf eine Müdigkeit liegt. Einfach normal Dinge, die zu tun sind für die Mannschaft, dass man die in einer großen Beständigkeit auch in solchen Phasen abrufen kann. Dass wir als Team zusammenarbeiten, dass wir Überzeugung und Glauben behalten, diese Spiele gewinnen können. Dass wir unseren Punktestand noch aufbessern, unsere Ausgangsposition nicht mehr verschlechtern, bis zur Weihnachtspause. Und da ist einfach viel mentale Arbeit gefragt und nicht zu viel Fehlorientierung. Weil die Spieler haben eh sowieso zu viel Negativität und Pessimismus jetzt auch drinnen durch dieses Erlebte. Durch einfach auch Gegner, wo man einfach, wenn man ein bisschen verenthofft, wo man dann nicht hinkommt. Das ist natürlich auch etwas, was mit den Spielern was macht im Kopf, wo man sich Dinge immer wieder hinterfragt, auch bei sich selbst. Und da ist für mich einfach wichtig, den Spielern Positivität zu vermitteln. Weil zu viel Negativität und Pessimismus ist extrem hinderlich für den Erfolg. Ich würde so sagen, wir haben im letzten Jahr einen Weg begonnen. Für diesen Weg haben wir dann immer eine Woche Zeit gehabt, um uns top auf den Gegner vorzubereiten. um uns von der Mentalität ein Spiel gut zu verarbeiten, das nächste Spiel gut zu vorbereiten. Wir waren dann immer am Punkt dort, da haben wir eine komplette Woche Zeit gehabt. Das haben wir richtig gut gemacht, da haben wir uns sukzessive gesteigert, haben eine Topmeisterrunde gespielt. Wir waren dann da uns knapp dran, sogar den zweiten Platz zu holen. Und dieser Platz hat uns die Qualifikation für Europa League gebracht. Das ist etwas, was für einen Verein auf wirtschaftlicher Seite extrem wichtig ist. Für jeden einzelnen Spieler in seiner Entwicklung extrem wichtig ist. Und für uns als Mannschaftsentwicklung uns auch einen enormen Erfahrungsschatz gibt. Und dass wir jetzt einfach in einer Phase stecken, wo wir das noch nicht hinkriegen, unter der Woche dann Europa League spielen und am Wochenende die Meisterschaftsspiele dann am Stück mit einer Souveränität zu gewinnen, wo du vielleicht gar nicht immer das Maximum an deinen Kräften brauchst. So weit sind wir noch nicht. Das müssen wir einsehen. Wir müssen aber uns, denke ich, das dann auch top analysieren, top verwerten, was wir da an Erfahrungen gekriegt haben, um dann uns in dieser Saison wieder so gut zu präsentieren, dass wir wieder die Qualifikation für dieses Programm, was wir jetzt erleben, schaffen. Und dann nächstes Jahr werden wir dann auch in dieser Phase wieder ganz anders uns verhalten. Gibt es noch eine Frage? Gerne. Wie steht es, der hat sich der Mord im Langzeit verletzt? Da kann man auch wieder an der Rechnung. Gitteschwil ist in Deutschland, hat jetzt eine richtig gute Trainingsphase. Dort draußen hat acht Stunden am Tag Training. Also ist jetzt in dieser Trainingstherapiephase schon sehr weit. Und dann denke ich, wenn alles gut läuft, dass er ab Jänner dann wieder ins Training einsteigen kann. Und Stefan Hierländer ist ja auch alles nach Plan. Alles über, überragend läuft. Aber das dürfen wir unsere Ärzte nicht hören. Es ist vielleicht das vorletzte, letzte Spiel noch irgendwie so im Bereich des Möglichen. Aber wahrscheinlich wird es halt auch dann erst mit neun Jahren für ihn wieder losgehen. Und Sandro Ingolyc ist voll im Training. Und Vincent Drum auch voll im Training. Also die beiden Spieler fehlen natürlich jetzt komplett die Matchpraxis. Aber sie trainieren wieder mit der Mannschaft und sind fit. Noch eine Abschlussfrage. Wenn nicht, dann danke fürs Dabeisein für uns. Gezweiter Mittwoch um 19 Uhr in Alltag beim Nachtragsspiel. Danke sehr.